Was ist das, was wir jetzt machen? Heute haben wir gegen Sergio Jürgen gespielt. Wir erwarten ein starkes Spiel, ein starker Gegner. Vielleicht haben wir das Spiel ein bisschen mehr gehabt, weil sie besser gespielt haben. Aber wir sind ganz im Anfang mit den 1-0 in Führung gegangen. So sind wir einfach. Halbzeit hingegangen. So haben wir 2-1 am Weg. 2-0 geschossen. 2-0. 2-0. 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. 4-0. 3-0. 4-0. 4-0. 4-0. 4-0. 1-0. 5-0. Und sie sind noch ein weit besser. Sie haben versucht, mehr zu spielen. Sie haben noch ein Fehler verwurft und aus 2-1 gekickt. 1-1. 3-0. 3-0. 3-1. Na doch ich ein Eckball. Ich hatte eine Hand. Fünf Meter. Zwei. 2-2. 2-2. Ich habe mir ein bisschen Fluss dran geglaubt und dann haben wir zum Schluss noch das 3-2 geschossen und das ist alles eine Ausgabe zum Schluss. Nächste Woche das letzte Spiel gegen Naturns. Ich habe ganz hoher Fight. Ich hoffe, dass wir wieder mit 3 Punkten von Naturns anfangen. Ich habe ganz hoher Fight.